Was ist das, was wir tun? Wir wollen, dass wir neue Bühne haben. Wir wollen 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 neue Bühne haben. Viele Menschen finden es ja nicht in Ordnung, dass die Mieten teurer werden und dort eine Luxusbebauung gebaut wird. Weil die Mieten dann steigen. Bitte schreibt Einwendungen, dass wir gemeinsam etwas verändern und dass die Mieten nicht steigen und wir alle zusammen etwas tun können. Das ist nicht alles passiert ohne uns zu fragen und dass wir etwas dagegen gemeinsam etwas tun. Wir wollen die Mieten nicht auf Deutsch schreiben. Ich bitte euch, dass sie eine Einwendung schreibt, dass sie den Älteren helft und für sie das vielleicht aufschreibt, weil sie vielleicht kein Türkisch können oder kein Deutsch. Dass sie das auf eine andere Sprache aufgeschrieben wird und dass das Amt das versteht, was sie wollen von denen. Also wichtig ist, dass die Einwendungen auf Deutsch geschrieben werden. Aber das ist ja kein Problem, weil wir werden euch dabei helfen, falls ihr das zum Beispiel nicht auf Deutsch schreiben könnt und dass wir das für euch übersetzen können. zu schreibt, auf Deutsch werden. Und das ist ja kein Abschluss, so sind wir den Gästern. Wir haben die Menschen, noch nicht so viele Menschen zu suchen, weil sie die Menschen sind. Und die Menschen sind mir von zu jeder Kostelle, dass sie die Menschen sind, und im Zufall gibt es dafür. Aber das ist ja klar, die denn so vieles zu Ende ist. Die Menschen sind zerstörungsgegen.